Er ist 83 und schwerhörig, Frau Helwig. Das ist doch kein Grund, seine blöden Opern extra laut zu hören, wenn ich Girlfriend sehen will. Also das macht er doch nur, um mich zu ärgern. Ja, so wie ich siehe, die anderen Lieder beschweren sich nämlich auch schon. Was war das eben? Was? Ist das deine? Klar. Du heißt also Clemens Thielen, ja? Sokostraßen geht es jetzt eine Etage höher. Ihr seid doch an den Feiertilen dran.